Kapitän Yuri Watanabe Kapitän Yuri Watanabe Wenn wir seine Männer ablenken, könnte sich ein kleines Team ins Gebäude schleichen und ihn lebend da rausholen. Wir haben nur einen Versuch. Den müssen wir nutzen. Das wird ungemütlich. Bereit, wenn du's bist. Verstanden. Dann werde ich sie mal ablenken. Bereit, meine Herren? Spidey, guck mal. Cool. Das ist gegen die Regel, Lieutenant. Tut mir leid, Käpt'n. Geschenk von meinem Kleinen. Man hat ja nicht jeden Tag mit ihm zu tun, ja? Ich lass es durchgehen. Diesmal. Und jetzt zurück auf Position. Ja, Ma'am. Dann mal los. Wer ist das? Das ist die Spinne! Habt ihr in die Kunst des Krieges was über Irreführung gelesen? Nein? So, Freunde. Und damit herzlich willkommen zurück zu Spider-Man. Den nächsten DLC. Ich muss jetzt mal schnell mal wieder gucken mit der Steuerung hier, Alter. Es ist schon eine Weile her. Digga, komm mal her hier. Sack, Digga. Natürlich trifft er mich. Zack! Damn, Bro. Wo ist der Nächste? Oh, shit. Oh, shit. Wir waren hier nochmal werfen. Warte mal. Mal gucken, wir waren hier nochmal werfen. Ah, hier. Digga, hau rein. Hau rein. Hau rein. Hau rein. Natürlich trifft er mich. Ich drück zwar sogar noch Abwehren, aber er trifft mich trotzdem. Digga, Schluss jetzt mit lustig hier. Hab die Schnauze voll. Zack. Zack. Halt nicht so viel Ausbruch. Komm, Digga. Komm, zack, Digga. Den kriegen wir jetzt. Damn. Und den Nächsten. So, Digga. Was ist mit euch los? Ihr habt keinen Bock mehr, hab ich gehört. Probier's doch selber, Digga. Probier doch selber. Alter, wie viele Gegner sind denn hier? Das nimmt ja gar kein Ende hier, Alter. Das ist ja wie so ein Nest. Zack ruhig weiter aufeinander ein. Ich überwache das Ganze nur. Besondere Mission, ich weiß gar nicht. Was ist denn mit euch eigentlich? Und Leute, wir müssen jetzt mal nach den Trophäen gucken. Denn es gibt ja wieder neue Anzüge. Die möchte ich natürlich haben. Ich gehe mal davon aus, dass man auch wieder alle nebensächlichen Aktivitäten machen muss. Und natürlich, ähm... Keine Ahnung, gewisse Sachen wahrscheinlich auch wieder erledigen muss. Aber es gibt einen Iron Man Anzug, diesmal hab ich gehört. Das ist mega geil, Digga. Zack. Bam. Und den mit der Waffe nehmen wir auch gleich mit. Zack. Oh, da ist ein fetter. Oh, wow, wow, wow. Ich kass dich in den Boden. Ich glaube, er ist tot. Friss das! Bist du tot? Ich glaube, er ist tot. Zack. Das war's. Du händest wie eine Fliege an der Windschutzscheibe. Die Insektenwitze werden echt alt. Alles klar. Weißt du, dass ihr diese Schilde geborgen habt? Okay. Bam. Oh, Digga, Alter. Ich hab gedacht, du bist jetzt krass, Mann. Das war ja einfach mal gar nichts. Das war ja eine Lachnummer. Ich kenne ja einen mit einem cooleren Schiff. Oh, da kommen noch mehr. Scheiße. Wir machen einfach mal den hier. Oh, komm, zack, Digga. Mach die mal alle platt jetzt hier. Halt dich aus unseren Geschäften raus. Wir haben doch unsere Sachen dabei, Bruder, Mann. Hast du ja echt geglaubt? Du kriegst uns hier. Du kannst uns ficken. Du kannst gar nichts, Digga. Du kannst gar nichts. Nichts kannst du. Nichts. Ja, Leute, wir sind Hammerhead auf der Spur. Wir wollen Hammerhead finden. Er hat der Black Cat auseinandergenommen, würde ich jetzt mal sagen. Ja, ob das tatsächlich stimmt. Einige vermuten, Black Cat ist noch am Leben. Aber das wissen wir zu dem Zeitpunkt noch nicht hundertprozentig. Wir werden gucken. Wir werden es sehen. Es bleibt weiterhin spannend. Spider-Man. Hammerhead DLC. So, wartet mal. Jetzt gucken wir mal ganz kurz, was das für Trophäen sind. Denn das täte mich mal interessieren. Einfach nur damit, wir wissen, was wir machen müssen, um alle Trophäen zu kriegen. Natürlich wieder. So. Neues Game. Hä? Achso, die kriegen wir nur, wenn wir das Spiel durchgespielt haben. Robberfall habe ich hundertprozentig. Die Stadt, die nehmert schläft. Reviercamp war abgeschlossen. Erreichen allen Screwball-Herausforderungen spektakulär oder besser. Okay, das geht auch. Versteckte Trophäe. Lass mal kurz mal gucken. Warte mal. Schließe die Mission überrumpelt ab. Das geht. Schließe die Mission versteckt ab. Das geht auch. Schließe die Mission... Den Hammerfestenangeln. Aber das wird die letzte sein. Schalte sämtliche Hammer-Hetan-Geschäfte aus. Das wird auch gehen. Schließe im eigenen Streak alle Verbrechen ab. Also Leute, ich glaube, das ist alles wieder machbar. Das kann man ganz gut machen. So. Gehen wir mal weiter, Leute. Ich hab Bock drauf. Spider-Man-Beste. Aber apropos, wartet mal kurz. Ich täte jetzt trotzdem nochmal schnell interessieren. Was ist denn mit den Anzügen? Wie kann man die dann freischalten? Es gibt... Ah, hier. Das ist der Iron-Man-Anzug, glaube ich. Den möchte ich natürlich haben. Schließe die Story-Wir-Campber ab. Und den Anfassungen schließe die Mission überrumpelt ab. Schließe die Mission überrumpelt ab. Alle Aktivitäten im Distrikt ab. Alle Aktivitäten im Distrikt ab. Okay, das kann man auch machen. Das ist wieder Comic, glaube ich. Und das müsste der größte Teils Iron-Man-Anzug sein, Mann. An den hab ich natürlich Bock drauf. Aber den kriegt man erst, wenn man's durch hat. Schade. Aber wir werden natürlich hauptsächlich Story spielen. Das ganze nebensächlicher Zeug. Das mach ich dann. Außer ihr sagt, hey, Kompane. Zeig uns das doch auch. Macht die nebensächlichen Sachen doch auch bitte im Video. Dann kann ich das natürlich gerne tun. Also, wenn ihr da Bock drauf habt, dann schreibt das bitte zügig unter diesem Video hier. Denn ansonsten bin ich wahrscheinlich schon zu weit fortgeschritten. Alter, was geht hier ab? Hello? Hello again? Alter, wo sind wir hier? Ey, das ist ja total tot hier alles. Ah. Hey, Juri, hörst du mich? Ah? Ein Versuch was wert. Okay, ist immer noch kein Empfang. Wir können die gute Juri immer noch nicht erreichen. Warum? Telekom-Netz, würde ich sagen. Telekom-Netz. Hammer-Head-Schläger. Das ist unsere Stadt, Digga. Ich glaub, du irrst dich, Bro. Du irrst dich. Das ist meine Stadt. Das ist meine Stadt, Bruder. Nicht deine. Das werden sie bösen und ich nehme mir ihr Zeug. Bitte Ruhe bei der Infiltration. Wollte ich gerade sagen, Alter. Mit wem redest du denn? Sieht nach Hammerheads Operationsbasis aus. Aber kein Hammerhead. Und keine Juri. Sie haben unbezüglich gespielt. Darum, wer die Kontrolle bekommt, wenn der Rest der Magia raus ist. Na, viel Glück. New Yorker werden gerne herumkommandiert. Okay, können wir nichts großartig machen. Hier haben sie irgendwelche Leute, die sie wahrscheinlich töten wollen. Ausschalten wollen noch. Die anderen Magia-Dons. Sehr subtil. Einmal ihn checken. Er soll wirklich kreativ sein. Don Cicero. Big C. Big C. Ein mieser Anwalt und ein noch miserer Mensch, wenn das möglich wäre. Don Fortunato. Praktisch der Magia-Anführer. Sein Sohn will angeblich aus dem Geschäft aussteigen. Don Costa. Er hat viele Unschuldige umbringen lassen. Man sollte ihn bestrafen. Das werden wir zeitlich natürlich auch tun. Oh oh. Oh oh. Das klang echt nicht gut. Ich muss zu ihr. Schnell. Komm, schnell, 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 schnell. Sie braucht uns. Sie braucht mich. Aber warte mal, wir nehmen wir noch schnell. Anzüge? Ich möchte doch mal einen anderen Anzug nehmen. Denn wir sind ja schließlich Spider-Man. Und deswegen sollen wir natürlich auch so wie Spider-Man aussehen, würde ich jetzt mal sagen. Spider-Man. Ja, und ich mach euch alle platt. Ich mach euch alle platt. Alle. Komm mal hoch, Bruder. Wie sieht's aus? Sieht irgendwie nicht so aus, Bruder. Ich weiß nicht. Ach, hier ist noch einer. Wie ist denn der? Ach, da hinten. Bruder, es ist keiner mehr da, den du holen kannst. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Die Party ist vorbei. Spider-Man kam euch wieder mal zuvor. Bin am Kopf geschmissen. Alter Zauselkopf, du. So, okay. Wo müssen wir langen? Wir müssen wahrscheinlich hier irgendwie hier. Das waren alle. So, was sollten Hammerheads Schläger hier für ihn bewachen? Das gibt's wahrscheinlich hier auf dem Computer, oder? Doch nicht. Nein! Hole Yuri ein. Man, du solltest doch deine Super nicht sünden, Mann. Jetzt haben wir die nicht mehr ready für wirklich wichtige Sachen. Och, Menno. Kann man das durchsuchen, oder was wollen wir hier machen? Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt hin muss, hier. Wahrscheinlich irgendwie hier oben, irgendwo lang. Muss mal gucken, wo... Kannte ich denn nochmal? Man konnte doch irgendwie immer... Das war nur dieses Scannen hier, ne? Ich hab' nicht gesehen. Lol. Lol, cool. Dass das so geht. Warte schon sagen, warum kommt der da nicht durch? Wahrscheinlich mit der euren Tantum zusammengearbeitet. Von Screwball gibst dafür sofort einen Daumen runter. So, wir haben mal wieder Pläne. Wahrscheinlich... Oh, was... Was bauen die? Wirkt zu... Professionell für ein Hammerhead-Produkt. Was für ein Scheinwerfer oder eine Rakete? Oder irgendwie sowas? Hm. Überwachungsvideos. Yuri muss da doch auch drauf sein. Ich muss sofort da rein. Wo? Da. Gucken wir da rein. Ah. Warum auch nicht? Sie haben das Sicherheitssystem umfunktioniert. Na los, Yuri. Also ich... Hab ja Manieren. Wenn es klopft... Sag ich herein. Nein. Aber ihr müsstet euch reinschleichen. Das ist das Problem mit euch neuen Korps. Kein Respekt. Feigling! Klar, früher mal. Da hatten wir euren Respekt. Ihr schlug zu, wir schlugen zurück. Zeigten euch euren Platz. Lärten euch das fürchten. Aber jetzt... Jetzt glaubt ihr eine steife Brise, wirft euch auf! Die Furcht muss zurückkehren. Waffe fallen lassen! Hände hinter den Kopf! Eher nicht. Captain. Es tut mir leid. Na los! Sofort! Da ist sie. Da ist die Furcht. Na los, Captain. Tun Sie's! Die Furcht. Yuri von Bestow! Schon traurig ist es der Typ, der die Uhr hatte von dem kleinen Sohn, tot. Dafür wird Hammerhead büßen.